Hey, wir sind im Summer Jam Live Takeover und jetzt wird ein bisschen Deal or No Deal gemacht. Heißt, Summer Jam und auch Elias werden jetzt hier gleich ein paar Newcomer bewerten. Ich krieg ja immer vier zugeschickt und dann überleg ich mir mal so, ah, wem zeig ich was, wer kann das vielleicht gut einschätzen. Und hier hab ich drei Jungs am Start, sogar mit Featuring und sowas am Start, die auf jeden Fall speziell sind. Die ersten beiden heißen Young Kaffa und, du musst mir helfen, Küçük Effendi, also K.U. Küçük Effendi. Ja? Küçük Effendi. Okay, okay, siehst du, schau jetzt genau. Der Song heißt Diamonds und ich bin gespannt, was du da zu sagen. Ich scheine hell wie meine Diamonds, 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 meine Diamonds, ja. Große dünfte Meibau, 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 meine Meibau, ja. Schatzi, alles gut, alles rippidappi. Fendi, hab ich gut, also wie mich heil, schüri. Kaffee, kein Zucker, Tisch ist voll, aber es ist voll. Ripp, ripp. Pass. Ich habe kein Zucker. Zum Genießen, ey. Also, was sagst du? Sagst du, reicht das für ein Deal? Unglaublich ignorant. Super, direkt. Direkt Deal? Direkt Deal. Weißt du, an was mich das auch erinnert hat? Du musst mir gelben. Ja. Okay, also der erste Deal verteilt so? Okay, das fällt gut an. Ich habe den nächsten Banger für euch, vielleicht auch nicht. Ich muss sagen, ob Deal oder No Deal. Billa Joe ist am Start mit One Day. Oh, Black, als wär jemand gestorben. R.P. mein altes, ich von heute mag. Egozentrisch, doch ein Fighter, so wie Thor. Manni Mayweather, bin als Sieger schon geboren. Uh. YouTube guckst du Songs von mir vor. Hey. Alle deine Songs mach ich one take. Homies auf dem Block sind am Rumpstrate. Und irgendwelche Holes bringen die long pay. UK, touchdown, call in bro, mazer. Gang shit, day one. Ich muss auf die Stage, one franchise later. Hope nation maker. So, Elias hat auf jeden Fall gewippt wie nix. Ja, wo kommt der her? Wo kommt der her? Boah, ey, Digger, musst du dich connecten. Ich glaube, so machen wir das am besten. Ja, Stabil, was sagst du, sagst du? Der doch erst so 2000 Klicks auf sein Video. Auch ein krasses Video. Echt? Beat es selber produziert, hat er mir gesagt. Also ich finde, es ist, ja. Sehr gut gemacht. Also Deal ist sowieso verteilt. Und jetzt, Deal oder No Deal Highlight. Lil Lano, wer kennt ihn? Wer? Lil? Lil Lano. Nee. Nee, nee, okay. Puh, nee, sagt er, okay. Noch ein Lil. Sehr gut. Wendy heißt das Song. Über 10k Snapchat, ich glaub, jeder kennt mich. Oh. Das sind Macht auf Batman, ich trag bunte Fashion. Oh, oh. Ich espeln wie Pac-Man und zieh Kork vom Westen. Ey, ey. Ich brauch gar nicht wetten, ich bin safe der Beste. Ständig neue Nuts auf meinem Handy. Ah. Nur noch River Bromys siehst du nicht beim Handy. Ja. Oh, oh. Ey. Ey. Ey, ey. Ich weiß nicht, was ihr wollt, sag doch, was ihr wollt. Ich gimme mir den Erfolg, gimme mir den Erfolg. So, er gönnt sich den Erfolg und kann er sich auf dem Erfolg. Ich bin heute auch mit Gunner Loan einfach. Er kriegt auch ein Deal. Von Samba Jam Suhlen. Ja, kann er. Deal ist verteilt. Drei Deals in einem Erfolg, aber hab ich gut ausgesucht anscheinend. Also zumindest würdest du sagen, die sind krass. Andere können ja drunter auch kommentieren, gibt's ja noch als Video so. Ob die krass sind, ihr könnt connecten mit denen, wenn ihr wollt, sagt mir einfach Bescheid. Versuchen wir mal ein paar neue Leute hier ins Game reinzuholen. Auf jeden Fall. Ein paar Knebelverträge machen. Death Row-mäßig. Shook Knight-mäßig. Okay. Ja, das ist ne andere Geschichte. Off the damn pro, baby. Auf Jam FM. Jam FM. Musik, die dich bewegt. 93.6. Jam. 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 Jam.